Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zu vor zwei Produktionsstädte führen würden, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hätte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß es nicht. Aber Dr. Kreibel wird bei Ihnen sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ich hier bei mir Pferde? Die Stelle war ich mit dieser Strecke, die Sie haben eine Angelegenheit! Die Stelle ist nicht so gut, damit sie schärf. Richard, der Sie sich schärf durch mich an die Sache waren. Ich weiß es nicht. J briefly habe es das Gefühl. Das muss man sich nicht mehrmals schon mal dafür ausfragen, wenn man den Zapfieren kann. Geh! Das war's. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Das war's. Das war's. Wer ist da? Ich weiß, dass du da bist. 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 Das war's. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Der Konvoi ist auf dem Weg? Ja, ich verstehe. Ich weiß, dass du da bist. 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 Halt mir! Wer ist hier irgendwo? Wer ist hier? 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 Wer ist hier?